Das ist der Adidas Telstar 18 Junior. Beim Adidas Telstar 18 Junior handelt es sich um den Spielball und Trainingsball für den Kinderbereich. Das heißt für Kinder im unteren Jugendbereich. Welcher Ball der richtige, dafür welche Altersklasse ist, kopiere ich euch unten in die Beschreibung mit rein. Und es gibt den Adidas Telstar Junior als 350 Gramm Version und einmal als 290 Gramm Version. Da in den Größen 4 und 5. Wie gesagt, welcher Ball der richtige, für welche Jugendmannschaft ist, kopiere ich euch unten nochmal in die Beschreibung rein. Der Ball selber ist ein Ball, der eine Oberfläche hat, die aus einem Synthetikmaterial besteht. Zudem kommt eine verschweißte Paneelform zum Einsatz und der Ball ist damit nahezu wasserdicht, was auch für die lange Haltbarkeit des Balles sorgt. Wie der Spielball der offiziellen Weltmeisterschaft ist der Juniorball ein Ball, wie gesagt, mit verschweißter Paneelform. Mit den gleichen Paneelen wie dem Spielball und der gleichen Optik. Und damit ist der Adidas Telstar Junior 350 und 290 sowohl ein Fanartikel für die Weltmeisterschaft, wie auch ein Trainingsball für die Jugendmannschaften, wie zum Beispiel die E-Jugend. Und unten in der Beschreibung findet ihr nochmal die Ballgrößen, welche ihr für welche Jugend nehmen solltet. Der Adidas Telstar Junior, für euch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017